Ja, die Bundesregierung plant einen Militäreinsatz in Syrien, das wissen wir ja schon. Also ich zumindest weiß das. Deswegen ja auch die Flüchtlingssituation. Hatte ich ja schon erklärt. Ja, wie macht man das? Wir haben das ja schon gesehen bei den PAK-3s, bei den Patriots. Die wurden ja an der türkisch-syrischen Grenze aufgestellt, gegen den Willen des Volkes. Die wurden jetzt wieder taktischerweise abgezogen und jetzt sehen wir auch diese Sanktionen gegen Russland. Die benutzt man, damit taktiert man. Jetzt plötzlich kommt es der SPD, die auch die Sanktionen letztendlich auch irgendwo eingeführt hat, in den Sinn, diese aufheben zu wollen gegenüber Russland. Diese Sanktionen waren von Anfang an rechtsungültig, also rechtswidrig. Und dass sie uns geschadet haben, ist auch bekannt. Normalerweise ist ja klar, dass diese Sanktionen unter Vorsatz passiert sind. Sie sind ein Straftatbestand. Ein Straftatbestand wird hier erfüllt. Normalerweise müssten diese Leute sofort verhaftet werden. Aber wen stört es? Wir haben ja hier totale Gesetzlosigkeit. Kein Schwein interessiert es oder kein Schwein macht dagegen irgendwas. Das heißt also, die entsprechenden Instanzen machen ja dagegen nichts. Wir leben ja auch in keinem Rechtsstaat. Deswegen haben wir auch keine entsprechende Gewalt, die dafür entsprechend auch handelt. Und jetzt sehen wir schon das erste Signal, was darauf hinweist, dass wir einen Militäreinsatz bekommen. Es wird schon angeleiert, die Sanktionen aufzuheben von Sigmar Gabriel. Der Sigmar Gabriel ist ein Imperialist. Und das sehen wir ja auch. Das sahen wir bezogen auf Ägypten. Den Suezkanal haben wir schon angesprochen. Oder er fuhr nach dem Iran. Er dient der Wirtschaft. Auch im aktuellen VW-Skandal gibt es ja noch mal zur Erinnerung diese Geschichte mit VW, dass er auf EU-Ebene Lobbyismus betrieben hat für VW. Jetzt heißt es hier, SPD-Spitzenpolitiker fordern mehrheitlich Sanktionsende gegen Russland. Das fällt denen jetzt ausgerechnet ein, vor dem Hintergrund, dass die militärisch intervenieren wollen in Syrien. Daran sind die interessiert. Darauf wirken die hin. Die Mehrheit der führenden SPD-Politiker hat sich der Meinung des Vizekanzlers, also Sigmar Gabriel, und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel angeschlossen. Die EU-Sanktionen Russland sollten schnellstmöglich beendet werden. Gegen Russland. Und die Argumentationskette ist also, und hier kommt das Bewusstsein durch, die wissen also ganz genau, dass diese Sanktionen uns schaden. Da die zahlreichen Betriebe und Arbeitnehmer in Deutschland davon Schaden haben, natürlich, ist ja klar. Das hat die rechte Zeitung Die Welt berichtet. Zuvor hatte Sigmar Gabriel vor dem Hintergrund einer möglichen Allianz im Syrien-Konflikt die Russland-Sanktionen in Frage gestellt. Da seht ihr schon den Zusammenhang. Der würde alleine sonst gar nicht auf die Idee kommen. Die haben nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um diese Sanktionen wieder aufzuheben. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass ihr jetzt als Bevölkerung aus dem Schneider seid, sondern die bieten euch dafür was anderes an. Ihr bekommt also wieder die rote Karte. Erst werden die Sanktionen aufgehoben. Das ist ja was Schönes. Aber auf der anderen Seite gibt es da wieder ein dickes Minus. Und zwar einen neuen Militäreinsatz. Mit dem Vorwand der Flüchtlinge. Was man ja selbst geschaffen hat, ist ja klar. Ja, genauso funktioniert das mit dem neuen Militäreinsatz in Libyen, habe ich ja auch schon erzählt. Dass der ENI, der italienische Ölkonzern, die EU und die NATO eingespannt hat für sich und damit auch Deutschland. Eine Militäroperation durchzuführen in Libyen, weil da ist ja dieser Ölkonzern ENI vertreten. Und da versucht man unter dem UNO-Vermittler die Seite Tobruk und Tripolis zusammenzubringen. Unter einem Friedensabkommen und die russische Grundlage zu schaffen, damit Phase 3 des Plans der EU umgesetzt werden kann. Das heißt also Regime-Change 2.0, um Libyen zu stabilisieren, damit weiter Öl produziert werden kann über ENI. Und dann geht es Richtung Mali rein in Afrika. Das ist der Plan. Und wir sind jetzt in Phase 2 und danach kommt Phase 3. Wir ziehen also jetzt nicht nur in Syrien ein. Das ist geplant. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die wurde gegründet, international. Also vor allen Dingen auch Deutschland ist da mit drin. Die planen also schon in diesem Moment, wo wir hier gerade reden. Und da geht es um eine sogenannte Peacekeeping-Operation, eine Peacekeeping-Mission. So wird das Ganze dann genannt. Peacekeeping, ja. Friedenssichernde Maßnahmen oder irgendwas unter dem Deckmantel im Rahmen der Flüchtlingssituation. Weil ist ja alles so schlimm, aber im Grunde hat man das selbst verursacht und ausgelöst und angestoßen. Ist ja klar. Aber ich habe euch das gesagt. Merkel will, dass die Bevölkerung nach rechts rückt. Und dazu dient der Druck, der durch die Flüchtlinge erzeugt wird. Denn ihr kommt ja dann mit dieser Problematik wieder an die Politik dran und sagt dann, ja, wir wollen irgendwie eine Lösung dafür haben. Und dann sagt die Regierung, ja, wir haben die Lösung. Wir machen Krieg. Natürlich werden die euch das so nicht sagen in der Form, aber simpel gesagt ist das so. Man hört jetzt schon unstimmige Berichterstattung, aber dahinter steckt überall dasselbe. Zum Beispiel im Stern, Türkei schlägt riesiges Flüchtlingslager in Syrien vor. Das ist jetzt der Trick mit dem Flüchtlingslager in Syrien. Das ist nichts anderes als die Pufferzone, die vorher schon angesprochen wurde. Das heißt, die Türkei hat seit 2011 oder so irgendwann schon die Pufferzone ausgearbeitet. 50 Kilometer tief, 100 Kilometer breit. Und die soll in Nordsyrien aufgebaut werden. Aber diese Flüchtlingslager, diese Zone, das ist wie gesagt die Pufferzone, aber auch gleichzeitig eine No-Fly-Zone. Und die soll eigentlich dazu da sein, dass die Terroristen sich auf diesem Gebiet zurückziehen können. Oder aber auch damit die Kurden da nicht ihren Kurdistan-Staat da aufbauen können, was auch immer. Das sind jetzt so die Befürchtungen der Türkei. Und jetzt schlachtet man die Situation aus, man biegt das irgendwie hin, versteht ihr? Das ist so aus den Rippen konstruiert, aus den Rippen geschnitten und zusammengebastelt hier irgendwas. Frankreich sagt ja zur Selbstverteidigung, haben die erstmal behauptet. Und jetzt kommen die auch mit dieser Flüchtlingsgeschichte, von wegen müssten den Flüchtlingen ja helfen. Unter diesem Deckmantel wird jetzt dieser ganze Einsatz verkauft. Ich habe ja gesagt, es ist nicht die Frage, ob dieser Militäreinsatz kommt, sondern wie. Das findet in den Medien statt, das wie. Türkei schlägt riesiges Flüchtlingslager in Syrien vor. Zur Bewältigung der Flüchtlingskrise schlägt die Türkei der Europäischen Union den Bau riesiger Flüchtlingslager in Syrien vor. So, die Europäische Union ist schon eingesprungen, habt ihr ja schon gesehen. Die finanzieren also Milliarden für die Türkei und dahinter steckt dann auch diese Militäroperation. Die bereiten das gerade vor. Und die wollen in Deutschland den Eindruck vermitteln, als würden wir zusammen jetzt mit den Russen irgendwas gemeinsam machen. Das ist eben der Witz. Nur ob das dann wirklich so ist, ist dann wieder eine andere Frage. Ja, da müssen wir noch genau drauf gucken. Hier haben wir nochmal diesen Artikel über Frankreich. Frankreich, Flugverbotszone über Syrien, damit Flüchtlinge zurückkehren können. Nun, das ist so, dass auch DWN hinterfragen das nicht wirklich. Also die sehen schon jetzt ein bisschen die Zusammenhänge. Die nennen auch diesen Begriff direkt richtig. Weil in den Medien wird eigentlich ein anderer Begriff verwendet. Aber eigentlich ist das eine Flugverbotszone. Flugverbotszone, ja eine No-Fly-Zone, wir kennen das schon von Libyen. Also nochmal nicht vergessen, die Schablone der Geopolitik für Libyen soll aufgewendet oder angewendet werden auf Syrien. Das ist die gleiche Sache, nur dass es ein bisschen anders verpackt ist. Also Luftangriffe und so weiter, Luftbodenkooperation und dann soll Assad gestürzt werden. Aber das Problem ist, und ihr kennt das Problem, die Russen machen das nicht mit. Und da bleibt immer noch zu befürchten, ob es da zu einem großen Krieg kommt. Weil der Iran, der Irak, die Chinesen und die syrische Seite sind jetzt alle auf einer Position, zusammen mit Russland. Und so wie ich das sehe, gibt es jede Menge Lügenpropaganda zur Zeit, vor allen Dingen um die UN-Vollversammlung. Da wird alles Mögliche rausgedeutet, das ist völlig unwichtig. Aber letztendlich sieht man, dass Obama nicht einlenkt. Und das halte ich für ein Problem. Das heißt, die wollen die Masche weiter wie bisher durchziehen und diese Lügengeschichte veranstalten. Also diese Flugsverbotszone wird jetzt im Rahmen der neuen Militärintervention auch nicht Flugsverbotszone genannt, auch nicht No-Fly-Zone, auch nicht Pufferzone, sondern dieser Name wird nur umgewandelt in eine Sicherheitszone für Flüchtlinge oder so. So was in der Art zumindest Schutzzone oder so. Das ist der Trick, aber die alte Geschichte steckt immer noch dahinter. Dass der Plan eigentlich ursprünglich von der Türkei kommt und der wurde schon 2011 oder so ausgearbeitet. Das will die Türkei schon lange. So bei dem Sternartikel lesen wir das dann im Artikel selbst im Detail, was da wirklich geplant ist. Das Wichtigste habe ich unterstrichen, damit man weiß, wovon ich eigentlich spreche, was da gerade abläuft und geplant ist. Zur Bewältigung der Flüchtlingskrise schlägt die Türkei, der Europäischen Union, den Bau riesiger Flüchtlingslager in Syrien vor. Und wichtig ist, dass das in Syrien stattfinden soll und nicht in der Türkei. Drei Containerstädte für jeweils 300.000 Menschen seien möglich, sagte der türkische Präsident. Wenn die EU die Containersiedlung bezahle, und das ist ja glaube ich schon passiert, könnte die Türkei den Bau übernehmen. Die lassen sich das also was kosten, diesen neuen Krieg, damit das bewerkstelligt wird. Weil nochmal, vergesst nicht, worüber wir gesprochen haben, was wir so raus analysiert haben. Die wollen, dass Assad am Ende geht. Das ist das, was am Ende des Liedes steht. Am Ende soll Assad so oder so gehen, kurz über lang. So, und jetzt laut dem türkischen Ministerpräsidenten, sollen die Siedlungen in einer Schutzzone im Norden Syriens entstehen. Das ist der Begriff, Schutzzone, Schutzzone für Flüchtlinge. Ja, also keine Pufferzone, keine No-Fly-Zone, keine Flugsverbotstone. Und die DWN haben das ja schon direkt richtig geschrieben, Flugsverbotstone. Das ist das, was wir hier dann sehen werden, wenn das praktiziert wird. Und jetzt sehen wir auch hier den Zusammenhang, die Verschleierung. Denn hier heißt es ja Schutzzone. Und hier steht dann wieder, vom Stern geschrieben, die Türkei fordert seit langem die Einrichtung einer solchen Zone. Nein, das fordert sie nicht. Sie fordert eine Pufferzone oder eine No-Fly-Zone und keine Schutzzone. Da habe ich auch angemerkt, die Schutzzone ist ein anderer Begriff für Pufferzone oder No-Fly-Zone. So, und da haben wir schon den Begriff der Arbeitsgruppe. Der türkische Minister bestätigte, dass er sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, bei einem Gespräch in New York auf die Einrichtung einer bilateralen Arbeitsgruppe zum Thema Flüchtlinge geeinigt habe. Auch Griechenland könne daran teilnehmen. Auch Griechenland könne daran teilnehmen. Da wurde ja auch kürzlich der Luftraum gesperrt, weil die Russen fliegen ja 8 darüber, über diesen Bereich Richtung Syrien. Und dann haben die sich dann auch wieder von den USA kleinkriegen lassen und haben den Luftraum gesperrt. Da war doch irgendwas. Den in der EU diskutierten Vorschlag zur Einrichtung von EU-finanzierten Flüchtlingslager in der Türkei lehnte der türkische Minister erneut ab. Das heißt also, da habe ich ja schon den Unterschied erklärt. Oben heißt es, das soll in Syrien gebaut werden, dieses Flüchtlingslager. Da gibt es ja gar keine Legitimation für und auch kein Mandat. Ist ja klar, wie immer. Stattdessen macht er sich für den Plan der Containersiedlung im Norden Syriens stark. Und das wird begründet mit der Erfahrung hier, der er schon hat in der Richtung bla bla bla. Völlig unwichtig. Das ist nur eine billige Argumentationskette. Unwichtig. Im Kern geht es darum, dass man da militärisch intervenieren will um jeden Preis. Und dazu wird irgendeine Geschichte konstruiert und die wird der Bevölkerung über die Medien Stück für Stück so drunter getragen, sodass ihr das dann so nach und nach mitbekommt. Ja, und das war's. German Foreign Policy hatte auch schon darüber geschrieben im Detail, SVP-Direktor Perthes, der im Rahmen der UN-Verhandlungen zwischen der Regierung Damaskus und der syrischen Opposition die Arbeitsgruppe Militärsicherheit und Terrorabwehr leitet, spricht sich für einen Bundeswehreinsatz in Syrien aus. Auch ein Waffenstillstand oder ein Übergangsabkommen zwischen der heutigen Regierung und der Opposition werde Angst und Misstrauen nicht ausräumen, erklärte Perthes. Provokationen und Rückschläge werden kaum ausbleiben. Vieles wird deshalb für eine internationale Peacekeeping-Mission sprechen. Der SVP-Direktor fordert, Deutschland sollte sich nicht entziehen, wenn die Vereinten Nationen dann Truppensteller suchen. Und darum geht es, dass Deutschland gerade das vorbereitet und dass wir praktisch Just-in-Time-Geschäft machen. Wir sind bereit auf Abruf. Ja, also wenn die uns anrufen hier, die Amerikaner oder so, dann sind wir hier stark klar und dann ziehen wir in Syrien rein mit neuem Militäreinsatz. Das wird gerade vorbereitet. Abgesehen davon werde auch bei einer Einigung zwischen Regierung und Opposition in Syrien weiterhin Krieg herrschen. Es wird dann darum gehen, den IS zurückzudrängen, politisch und militärisch. Beides wird Syrien nicht ohne internationale Hilfe schaffen. Und da haben wir die Bundeswehr. Ein Bundeswehreinsatz in Syrien entspräche den Plänen im deutschen Establishment im europäischen Umfeld von Nordafrika über den Mittleren Osten bis Zentralasien. Und stärkere Präsenz zu zeigen, politisch, aber auch militärisch. Versteht ihr? Das politische Establishment steht für den deutschen Wiederkehrenden Imperialismus. Auch Siegmar Gabriel gehört dazu. Und die wollen sich ausdehnen über den Globus. Die Expansionspolitik Nordafrika, habe ich ja erzählt. Libyen ist als nächstes dran. Das ist auch schon in Vorbereitung. Und dann geht es Richtung Mali. Und dann haben wir den Mittleren Osten und Zentralasien. Da macht man sich auch noch breit. Und ich habe euch das erzählt. Eben habe ich ja dieses Video angeschaut von Ken Jebsen. Ziemlich lang, ziemlich zäh. Und da könnte man einiges zu sagen. Aber da habe ich auch was wieder festgestellt. Komme ich mal ein anderes Mal zu. Ich erinnere daran, was ich schon mal so als Insider-Informationen verbreitet habe. Das heißt, das sind Informationen, die bekommt man nicht in der Öffentlichkeit. Deswegen, ich gebe das hier nochmal ganz kurz mit. Ihr kennt ja sicherlich den Typ, der heißt Gerke, MDB, von der Linkspartei. Der Jebsen hat oft mit dem gesprochen. Und ihr wisst ja, wie ich darüber denke, über die Linke und so. Ja, haben wir gestern darüber geredet. Und mein Geheimtipp ist hier, das verrate ich euch nochmal. Viele wissen das nicht. Und das ist wirklich ein super geiler Geheimtipp. Das verrate ich euch jetzt schon. Die Bundesregierung arbeitet mit den USA daran, in Kuba einen Regime-Change durchzuführen. Auch die Konrad-Adenauer-Stiftung spielt da eine Rolle. Und der Gerke ist eine wichtige Figur, der Wolfgang Gerke, weil er die Kontakte hat Richtung Brasilien und Venezuela. Und die Bundesregierung ist daran interessiert, zusammen mit der Linkspartei diese Regierung zu stürzen. Und das ist so. Das weiß ich schon eine ganze Weile. Und deswegen hier sage ich das nochmal dazu. Das sind alles imperialistische Vorbereitungen, die wir hier sehen. Und ihr solltet darüber schon Bescheid wissen. Und wenn ihr das nicht versteht, dann denkt doch einfach mal an die Ukraine. Die CDU, die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Bundesregierung ist ja sowieso Kriegstreiber. Und die haben ja den Klitschko aufgebaut, über die CDU finanziert, über die UDA-Partei. Und damit haben die praktisch ermöglicht, zusammen mit der USA die Regierung Janukowitsch zu stürzen. Und das Gleiche machen die auch im Ausland. Anderswo. Ob ihr das glaubt oder nicht. Und ich habe schon gesagt, in Kuba wurde ja die Strategie gewechselt, der USA. Die haben ja Kuba lang unter Druck gesetzt. Und das hat ja alles nicht funktioniert. Und deswegen hat man die Strategie gewechselt. Und man hat so eine Art freundschaftlichen Dialog aufgemacht. Man sieht das ja, man sah das. Die Botschaft der Amerikaner wurde da wieder geöffnet. Und das ist im Grunde ein Todesurteil, wenn da irgendwie eine amerikanische Botschaft aufgemacht wird. Das wurde auch noch in den Medien gefeiert. Ja, also jede amerikanische Botschaft muss in jedem Land geschlossen werden. Und die müssen rausgeschmissen werden. Genauso wie der IWF. Da sind alles Kriminelle und Mafia. Die organisieren Regime-Changes. Und das sieht man auch jetzt im Bereich Asien. Ja, dass da überall Regime-Changes vorbereitet werden. Wir haben ja Pivot to Asia. Die Amerikaner lassen sich ja in der Region auch nieder und versuchen da die Meere für sich zu erobern und so weiter. Die provozieren da ja ohne Ende. Die Amerikaner bereiten da auch was vor. Schon länger. Und auch die Australier sind mit von der Partie. Die machen ja jetzt auch in Syrien mit. Und Frankreich und Amerika und die Türkei und die Australier fliegen doch glaube ich jetzt schon Angriffe, oder? Oder die Australier kommen jetzt irgendwann dazu, oder so. Aber es ist halt immer dasselbe. So, achtet jetzt in den nächsten Tagen darauf, was euch die Bundesregierung mitteilen wird. Weil das wird relativ schnell gehen, denke ich. Irgendwas kommt da jetzt zusammen nach dieser UN-Vollversammlung. Nachdem diese Propaganda sich so ein bisschen gelegt hat, kommt dann das wahre Gesicht raus, was man die ganze Zeit bereits geplant hat. Und dann versteht man auch vielleicht den Zusammenhang zu den Flüchtlingen. Weil wie gesagt, hier wird der Druck auf die Bevölkerung erhöht durch die Flüchtlinge, weil der Bevölkerung schmeckt das natürlich nicht. Und Deutschland ist ja so ein Widerstandsland, allein wegen der Geschichte Deutschlands. Wir sind ja gegen Krieg und zwar massiv. Das hat ja ganz tiefe Verwurzelungen. Und man will einfach in Deutschland den Widerstand brechen, damit die Agenda von Angela Merkel möglich wird. Deswegen halte ich auch diese von links gesteuerten Proteste für Unsinn bei Rammstein, weil es wird sich ja daran nichts ändern. Das ist ja gerade der Witz. Und ihr werdet das ja verstehen, irgendwann noch in Zukunft, warum das so ist. Beobachtet das. Ich empfehle euch das zu tun, weil euch das alle betrifft. Und nochmal, ich habe das so oft gesagt, ihr werdet das irgendwann noch verstehen, wie wichtig das alles ist, was ich gesagt habe. Das ist so ein bisschen mahnend auch, was ich hier sage, immer wieder. Mit Disziplin und Kontinuität muss man das vorantreiben, egal wie weder es tut. Man muss das einfach beinhart durchbrechen hier. Die Ideologie muss zerstört werden, weil wir sehen hier Dinge, die uns gefährlich werden. Und nochmal, wir haben den Krieg direkt vor der Haustür und wir können das nicht gebrauchen. Wir müssen diese Leute beiseite schaffen. Und wir müssen diese Sache nutzen jetzt, wenn weiter Krieg geführt wird. Gerade jetzt benutzt die Bundesregierung, die zeigt jetzt auch ihr Gesicht. Da wette ich drauf, die werden euch das Gesicht zeigen, dass die so sind, wie ich das schon immer gesagt habe. Dass die euch unterdrücken wollen, dass die alle Register ziehen werden, egal was ihr wollt. Es spielt für die gar keine Rolle. Die machen das einfach. Die überlegen sich nur, wie die das machen. Versteht ihr? Das wird euch noch richtig wehtun, ich sage es euch. Die werden Krieg machen und noch mehr Krieg und hier wird so viel Blut und so viel Leid fließen. Glaubt mir, das geht immer so weiter. Die Welt wird richtig dunkel werden.